Auch die Konzerne Yahoo und Google sind Opfer sogenannter Fisting-Attacken geworden. Das Ausmaß der Angriffe auf E-Mail-Konten ist noch größer als bisher angenommen. Damit beginnt unser Nachrichtenüberblick. Auch die Konzerne Yahoo und Google sind Opfer sogenannter Fisting-Attacken geworden. Nach Angaben beider Unternehmen spionierten Kriminelle die Passwörter von Privatkonten aus und veröffentlichten sie im Internet. Wie viele Kunden betroffen sind, ist unklar. Die Unternehmen raten Nutzern, ihre Passwörter zu ändern. Auch die Konzerne Yahoo und Google sind Opfer sogenannter Fisting-Attacken geworden.